Herzlich Willkommen zurück in unserer kleinen Paartherapie und ich muss sagen erstes Zwischenfazit der Anfang ist richtig geil. Erste Stunde? Erste Stunde beim Therapeuten war ok, ne? So, ich habe schon rausgefunden was wir machen wollen, deswegen springst du. Okay. Vertraue mir, du musst rechts rüber, dreh dich erstmal mit der Kamera bevor du springst. Ah ja, und das umschalten muss du? Genau, ich gucke auf dein Bildschirm, wenn du springst drücke ich. Ah, naja, nicht schlecht. Oh, das war so eine Vertrauensübung, ne? Ja. Finde Code, ja, interessante Kombination. Ja, wir sind hier irgendwie in der Garage, Werkzeugschub, irgendwie sowas, ne? Und müssen den alten Staubsauger bekämpfen. So, ich glaube ich musste hier jetzt so ein Pendulum bauen, kannst du? Ja, ich kann da rein. Ah, ich kann da rein. Guck mal, jetzt kannst du da rauf, oder? Oh, sorry, sorry. Ja. Okay, die Vertrauensübung, aber du hast mir Vertrauens so gut. Genau, du kannst ja anhalten kurz. Ja, nochmal. Warte mal, ich muss jetzt das rüber kriegen, so. Noch ein Stück. Du hast jetzt schon drauf, ne? Okay, den noch? Okay. Ja, ist gut. Und jetzt. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du geduckt bist. Vielleicht, dreh mal. Yes. Hello, hi Schatz. Ich dachte, du nennst mich nicht mehr, Schatz, aber wir kommen dazu. Mal gucken, mal gucken. Das wäre auch geil, wenn die Moral ist, dass es eigentlich eine Erwachsene Entscheidung ist, dass ich... ...zu trennen oder nicht. Was hast du da gemacht? Also, das hatte ich ja letzte Folge schon gesagt. Eigentlich, weiß ich nicht, das klang jetzt schon, als hätten sie das überlegt, was sie da tun, ne? Wenn sie sagen, es hat keinen Sinn mehr. Ah, okay. Gehen wir da oben rauf. Und jetzt kannst du rein springen. Ne, in den Einsauger musst du springen. Du weißt, das ist doch ein Einsauger hier. Ja, aber du hast den verfehlt. Okay, ich war einfach schlecht, jetzt damit zu sagen. Man muss immer noch X hin dann. Ah, nein. Nein, hoch. Das habe ich zu spät gesehen. Au. Aber ich, warte mal. Willst du mal? So. Okay, mach. Ja. Ich musste das mal ausprobieren, weil ich habe das noch nicht gemacht. Ach, wer... Genau, wer sich fragt, ich bin... ...Mae. Die... mit dem blauen, ne? Die, die spielt. Cody. Mal interessant, wie einem das Spiel hier ganz... ...ääh, das unauffällig sagt, ne? Was du tun sollst. Im zweiten Versuch. Fühlt sich eigentlich... Du hast den Knopf mal... ...organisch an, aber es ist kein Zufall. Warte mal, es war hoch und dann... ...Mention. Das macht jetzt was. Andersrum. Ah, dann wäre ich da hoch geschossen, okay? Ja, kommst du da hoch und da rein, ne? Ja. Ich proba, ich will es mal von hier angucken. Es ist ja nicht ganz geil aus. Genau, und ich muss den Weg scheinbar nehmen. Seh dich hier nur bei mir durchs Bild. Oh, Fetzen. Ich krieg keine Luft, oh Gott. Was bist du denn? Okay. Ich guck mal, was ich hier tun könnte. Ich hab hier eine Kiste. Okay. Ich hab hier... Da müssen wir, glaub ich, zusammenarbeiten. Ich hab hier irgendwas zu dir geschossen. Was ist das zu denn? Ah ja, das gibt da... Was ballerst du denn hier? Oh nein, da wollte ich nicht rein. Aber ich könnte das, was du mir rüber geschossen hast, könnte ich hier reinballern, glaub ich. Ja, sollst du auch. Das war nur aus Versehen. Das war nur aus Versehen. Nein, 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 nein. Ich bin nicht... Was ist das? Das ist das Spielstelle? Das ist ja, ja. Das ist Last. Wir sollen den Staubsauger unglücklich machen. Aber der muss jetzt, also, dass du am Ende rauf springen kannst. Du müssen, glaub ich, das ist auf meiner Ebene, auf meiner Seite. Oh Gott. Ich bin nicht so gut im Ziel. Aber reicht das jetzt schon? Guck mal, jetzt kannst du, könntest du durch rauf springen. Oder? Ja, und dann auf die andere Seite. Genau, und hier ist nämlich was mit Y bei mir. Du hast die andere Seite dafür. Ich weiß noch nicht, wohin. Wir müssen da oben rauf. Aha. Dann nehmen wir einfach nur eins. Dann sind wir wieder zusammen. Ah, jetzt kommt die Zwischensequenz. Das ist der Boss. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgedreht. Oh, nein. Oh, put me a way to rot in the air. Now, you will both die. No, wait. I can still fix you. I can make you work again. No more lies. No, 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 no. She's right, she's an engineer. A really good one. You are very good. Ha! Hey, Matthew. Are you really gonna believe that, huh? Hey, Doktor? Oh, don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? Hey! What? 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 You've replaced me with the Turbo X 2. I'm the end. A pretentious French, Matthew. I'll show you who's the best sucker. Oh, okay. I'm out of here. See you later. Good luck. Come on. Okay. Haben wir einen Plan? Noch nicht. Erstmal. Okay. Was können wir tun? Ähm. Okay. Ausweichen ist wahrscheinlich gut für Stardust. Ich bin irgendwie in den Tod gesprungen. Spontan. Weil ich dachte, da wäre was. Das war vielleicht nicht so cool. Ah, okay. Warte. Ich weiß was. Da kommt man rein. Die Dinger einsaugen. Und da musst du das aufhinschießen. Und dann kann ich sie oben drauf rüber nennen. Oh, jetzt wechselst mich aber. Oh, okay. Da muss man rüber. Genau. Jetzt nochmal. Oh, fuck. Ich wurde getroffen. Mecheln. Okay, ich geh hoch. Schon wieder mitnehmen. Bin ich. So, ich sauge. Ja, ich ziele. Oh, es ist gar nicht so eifertig. Ich sehe nämlich kaum noch was. Nein, leider nicht getroffen, für dich. Iiii. Wir machen's gleich vielleicht mal andersrum. Okay. Ich geh also mal oben. Mhm. Mach ich. Mehr geht nicht. Ah, sehr gut. Du machst es besser als ich. Das kann ich wenigstens. Das sind die alten DOB-Skills hier. Bam. Ups. Haha. Ich sollte aufhören, Dinge zu callen, ey. Okay. Okay, wie gehabt, ne? Ja. Boah, voll Treffer. Nice. Mann, bin ich gut. Also. Sorry. Oh, neue Mechaniken. Das ist nicht gut. Ähm. Ah, okay. Wo ist denn? Nein. Boah, ich wüsste auch nicht. Okay, das geht. Oh, nee. Was haben wir denn alles mit dem Eingesaugt, ey? Witz. Ich muss da jetzt mal hochkommen. Ja, ich warte kurz. Gib mir dann Go. Munition kommt Nice Ach nee Er tut mir leid Ich kann auch das Toy Story nicht sehen Oh Darfst jetzt nicht sterben Ich sterbe nicht So ich komme Naja Bist du bereit? Ja Los geht's Nice Noch einmal Ja So schnell jetzt ranrennen Was machen wir? Der sich jetzt selber einsaugt Oh Mischen oder was? Was ich noch nicht Mische Oh nein Ob das ist gemein Wir sind voll evil Puh Ich liebe meine Er verbringt halt mehr Zeit mit ihr Deswegen wusste sie das Nicht Das kam ja schon so durch Das sah gerade aus als ob du auf meinen Schultern reitest Ja es sieht anders aus weil die halt irgendwie fünf Zentimeter groß seid voll ne Schafft man das? Ich wollte immer mal gucken wie viel man hier auch abseits der Wege laufen kann weil ich hier Ich glaube aber nicht ich glaube es ist ziemlich linier Das schafft man ja nicht oder? Ah doch man kann doch man kann sich doch festhalten Ha Ich hab sogar bis zur Kante geschaut Statt Ich helf dir Geil Los und stoppst aus Ich hab dich da Ich weiß Ich bin Ich werde dich da Wenn du mir helfen kannst zu retten Meine Freunde Meine Freunde Meine Freunde Meine Freunde Meine Freunde Wir waren wichtig und taken care of Aber dieser Mensch lockt uns auf in der Toolbox und left Du meinst May's Toolbox Ja Ja Das Heartless Woman Do you know her? No He doesn't Anyway I heard that Heartless Woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore Who cares about hobbies Do you know how painful it is to die from rust It's like burning alive Slowly Slowly Look Hammer There's some rust remover spray in that tool cabinet We can help save your friends but only if you can get us to Rose over there Okay It's a deal Pick me up Okay Now go to that big door over there Pull that nail out We're gonna need it Okay Here goes Whoa Where did it go Just whistle What Really Wow Cool We got a flying nail and a talking hammer Let's go Klingt for me nach dem nächsten Avengers Es ist so cool Das Spiel ist so ein bisschen wie meine Fantasie Hammer werfen Hallo Tor Oh Gott Ich hab bei dir geguckt und runter gefallen Oh Ja Ich hab bei dir geguckt und runter unterwegs bin Ja Bleib mal auf deiner Seite Da Ja Geh mal weiter Ich will erstmal das Zweifel Ja Weiter 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 Gerade Rechts Jetzt Rechts Gucken Jetzt Warte Da musst du rüber Ah Da muss ich Durch Ah Da musst du rein Ballern Okay Nochmal Oh Kommt Jetzt können Wir beide rüber Oder Ja Schön Doppel Springen Wie kriegst du jetzt den Nagel Zurück Haben wir doch in der Zwischensequenz Das ist so ein bisschen wie der Oh wie heißt der Yondu aus Guardians Warte mal Du bist blau oder Ach nee Den kannst du dir holen Wie Weiß ich noch nicht Aber blau ist doch deine Interaktion Ja Kannst du das Teil werfen was du da hast Wie Wie wirfst du denn dein Ich kann nur den Hauen Wie soll ich das den werfen Ja vielleicht kommen wir da ran gefahren Wir können ja mal gucken von der Seite Oder soll ich da was hinwerfen Aber es sieht nicht so aus Ja ist schon das Hammer Ding Ne Warte Ich muss kurz Ah mein Auge Ist auch nicht gewollt Dass ich hier darauf lang balanciere Oder Nein Nein Es gibt oft einfach nur diesen Einhüter Okay dann lauf Nee da drüben warst du ja eben oder Ja 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 Ist hier irgendwas zum aktivieren Kommen wir da rüber gesprungen Das sieht so weit aus Ja was kann Wie wirst denn du Kannst du dich da festhalten mit Kannst du da ranspringen mit dem Doppelspring Ja Jetzt Ah ja Genau das kannst Nämlich nur du Und jetzt dann rüber schwingen Ah ja Das hab ich gecheckt an der Farbe Okay hier brauchen wir Dich glaube ich brauchen wir nicht hier Deinen Hammer Ich hab keinen Hammer Ich hab nur einen Nägel Äh deinen Hättest du Ah ich werfe dir jetzt einen Nagel Ja das war die Frage Genau das meinte ich Jetzt kann ich hier nämlich damit weitermachen Und du bleibst einfach mal da Ich bleibst zurück Und jetzt bleib ich dir noch ein Ich seh's schon Zack Ich hab eigentlich Ich geh doch Aber vielleicht zu weit weg Kannst du dabei so nach vorne dashen Vorher noch Nein Achso Ich hab's noch nicht ausführlich gesehen Ja Danny hat Wie so oft Ja ich bin gut Interessant Okay hier kannst du Noch rein Ah nicht mich Kann ich den rufen Nee kann ich nicht von hier Da kannst du doch jetzt Den soll ich holen Aber warte mal Ich mach mal noch einen hin Aber es bringt Ich kann Y hier drücken Ah ich kann dich rausholen Da kannst du ihn dir holen Ah guck mal Du kannst ja bis zu drei Okay ich guck erstmal weiter Weil du kannst ja noch nicht so viel machen Naja Aber was will ich jetzt Also du bist zwei jetzt Ja Ich seh das sich so richtig Wo wir dich jetzt Irgendwie muss man mich hier rüber drehen Ah ja So ja nochmal 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 Nein Oh okay ich muss Ich muss Draufhauen jetzt Danke Ich dachte du hast es gesehen Und ich war so hilfes Okay auf diese Dinger Kann es passieren Wenn ich hier draufhau Ah guck mal Das ist der Weg Du musst von rechts Ah ja Okay Okay Hab ich Mit dem Staubsauger fand ich nett Das finde ich schon echt cool Auch spiel mich ja Das ist echt süß Ach das ist echt ein gutes Spiel Ich denke mal Ich denke mal Es zieht sich hoch Aber es macht Die Herausforderungen Ich liebe deine Dreads, hau den Cooley. Ah, okay. Ah, okay, bleibt oben um zu punkten. Okay. Triff Cody mit RT. Ja, easy. Bereit, bereit. Easy. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Too slow. Move. Das ist gegeneinander. Ja, klar. Hey! Ah! 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 Ah shit, du hast mich getroffen. Ah! 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 Ist mega Spaß gemacht! Ich bin in der Revanche. Okay. Ja, das wissen wir. ich wusste dass du da kommst du musst aber eine gewisse zeit um ich habe es relativ lange sogar umland ja für beide ab dich einfach random ich will nicht mehr aber es war knapp ja man kann nur so antäuschen ich weiß was ich beeile mich trotzdem ich baue das thema mittig mit ich hier irgendwie hier du musst es hochziehen damit ich das festhalten kann ich sehe schon hier brauchen wir dich wieder jetzt hier jetzt komme ich zu dir was jetzt ist hier offen jetzt kannst du hier rein da geht es noch mal du musst mir hier wo ich bin da habe ich dir schon längst geschossen was das bringt wenn ich jetzt hier mache hier warte ich muss ich habe dir ein ding hingeschossen wie komme ich da jetzt da sterbe ich da jetzt also wenn ich jetzt bei mir gucken ich kann da auf springen dann werde ich weg gewalt ich bin ich auf der falschen ebene jetzt schon bei mir schon bei dir wenn du von mir aus guck siehst du ich check noch nicht ganz was weil das sterbe ich jetzt ist jetzt ich guck mal was ich hier ist noch was ich gucke ich kann hier auch gar nicht mehr weg oder ich bin jetzt die quasi aber das ist noch eher das ist noch hammer hammer sache kippt die klappen nicht dumm kippt die klappen kannst du irgendwas kann ich irgendwas gibt ach kannst du vielleicht musst du erst das hier machen probier mal hier erst aus weil ich komme zurück hast du doch wenn ich den ding kann dann nicht mehr ich krieg ja gar nicht mehr kippt die klappe ich sehe es was kann hier unten ja so muss ich kann es festhalten in dem richtigen moment los da muss das quasi ich springe jetzt gleich drauf aber perfekt so genau und jetzt weg ok jetzt müssen wir weiter nehmen oder muss ich jetzt mache ich habe keinen nagel mehr großen gar nach oben hier warte ganz kurz das müssen wir müssen wir muss ich ich muss rüber nur ja ich will ganz rüber ok das wäre ich schaffst du das sogar so wenn ich das sehe du kannst du soweit springen jetzt brauchen wir den hier aber erst kannst du mich ja rüber holen oder der knopf unten machte der nicht das hier ne 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 der hat mich hochgebracht gerade das brauche ich hier glaube ich was du musst mit mir reden ich sehe nicht was die sagen jetzt brauche ich die die darüber die zwei drehscheiben ich habe gesagt warte es war viel zu weit in wo ist er nett er ist nicht da so ich spiele ohne darts das ist genau also das gut was ich zählen darf ja wir können ihr könnt auch auf meinem bildschirm mal gucken da kann man muss ja schon beobachten ne wer ist noch mal ran springen aber ich bin doch hier zu ja das sind ich habe das gefühl weil da werde ich immer zerwalzt werden jetzt ja ich kann den zweiten nagel voran die an der stelle schießen da musste weiter dann müsste anders ich guck mal kurz noch nicht springen in der sich drehen den kann ich einfach mich ja schon mal ran bringen du musst jetzt einer oben sein richtig nähe das problem ist ja wobei der dreht sich ja immer noch und das egal egal eigentlich muss ich nicht immer noch und gedreht werden natürlich muss halt in der oberen position in der wischen ja jetzt müsste ich ihn gleich damit ich quasi jetzt kannst du ganz alleine ja jetzt kann ich hier irgendwas hämmern naja warte doch mal bitte ich kann hier wieder auf irgendwas hämmern ja ja jetzt hier die zerhacken mich sonst ach da ok sie ist es ist müssen hinterher das ja ich muss so wenn den ich bin gewann Kann ich die festhalten? Nee, glaube ich nicht. Du musst einfach von Timing und komm. Vielleicht war mein Timing. Ich glaube, wir hätten uns einfach noch besser füreinander abstimmen können. Oh Gott. Du musst hier hoch, weil ich kriege die Flaschen nicht kaputt und dafür musst du... Du musst mich hier durch... Du denkst, ich werde mich missen? Ich habe es nicht. So, warte mal. Okay, wir haben ja nur drei Nägel, ne? Ja, ich glaube, aber die Resetten... Du holst alle wahrscheinlich, ne? Nee, ich... Ja, ich probiere jetzt mal aus. Wenn du pfeifst, dann... Ah, ich kann mich da dran festhalten. Aber wie soll er nicht den ersten zurückgefiffen? Das habe ich eigentlich erwartet, dass er die in der Reihenfolge zurückschreift. Aber ich kann mich da an diese Wand ranhängen. Das sollst du ja auch machen. Kann ich die hoch? Oh, okay, ich rutsche schon immer runter. Ja, du musst... Ach, nee, du musst beide Wände. Ich muss erst... Ah, das ist Bullshit. Ich muss dann die linke und dann... Wuh, 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 wuh. Und dann musst du die eine wegmachen. Aber das... Ich habe noch nicht... Bitte noch nicht springen kurz. Ich will mal was testen. Ich will testen, woher ich weiß, welchen ich zurückrufe. Auf dem, die du guckst? Weiß ich nicht. Das versuche ich jetzt rauszufinden. Mal, mal. Jetzt gucken wir auf den rechten. Ja, aber wenn es zwei nebeneinander sind, das ist echt tricky. Okay, verstehe, okay. Probier mal den in der Mitte. Jetzt musst du... Nein! Jetzt lässt du mich in die Mitte. Und jetzt nimmst du den ganz recht weg. Ja, ich weiß, was soll. Ich war noch am testen und du warst mir jetzt so ungeduldig. Oh, erste Beziehungskrise. So. Sehr gut. Jetzt habe ich es rausgefunden. Genau. Und jetzt gibst du mir gleich die andere Wand hier. Kannst du da umstehen? Nee, ich rutsche langsam runter. Du musst jetzt die Wand weg. Genau den und die Wand weg. Nee, den hat runter. Ja, ja. Ich kann hier auch ein bisschen hin und her zu kehren. Wo die Wand weg machst du? Du willst den darunter haben? Ja. Und dann machst du die innere Wand weg. Jetzt die innere Wand weg. Perfekt. Und jetzt die andere Wand wieder. Andere Wand fallen. Und jetzt die andere Wand weg. Die Wand geben und den da drüber. Naja, die Wand und die da drüber. Wartein, oder? Dann kann ich jetzt umstehen. Das ist geil. So. Musst du nach links? Ich muss da links oben rauf. Jetzt kannst du die anderen wegnehmen. Kann ich einfach die anderen zwei. So, nun werfen wir dir den hin. Oh Gott. Und den weg. Übrigens krass. Ja. Ich habe gerade, die sind das ja auch noch im Bildschirm. Ich habe das die ganze Zeit bei dir nur geguckt. Die letzte fünf Minuten habe ich nur auf deinen Bildschirm geguckt. Ist das süß. Weil ich so darauf fokussiert war, wo du hinwirfst. Du wirst erst nach rechts. Was ich die ganze Zeit sehen wollte. Das ist dich, ey. Na da. Jetzt mache ich dir die da oben hin. Ich habe wirklich nicht dahin geholt. So, ich habe das hier noch. Und jetzt kannst du das ohne mich. So, und dich hier. Jetzt hol ich mir ja alles zurück. Oh, ich hätte springen müssen. Ach. Ja, du spawnst da oben zum Glück. Ja, aber meine Kamera war quasi andersrum, als sie es jetzt ist gerade. So, und jetzt musst du dir nämlich die Flaschen da zerstören, damit ich hier durchkomme. Darling. Danke. Danke. Kein Problem, Honey. Wir dürfen es noch nicht so nennen. Noch ist unsere Beziehung scheinbar nicht. Ja, aber meine ist ironisch. Okay. Hier ist die Toolbox. Beide von euch, komm mal, hilf mir, es öffnen. Oh, jetzt kommt der, der Boss oder das? Okay, das können wir noch versuchen. Auf jeden Fall. Okay, jetzt hinterher rennen. Okay, wo bin ich? Wo bin ich hingehen? Ah, das soll man nicht, nicht. Man sieht immer, wo die hinkommen an den Schatten. So, und jetzt haut es da immer rauf. Oh nein, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ja, ich bin noch ein bisschen hinten dran. Warte. Au. Du musst gucken. Ich kann es nicht rausziehen. Oh nein, jetzt wurde ich getroffen. Warte, nicht, jetzt, okay, weißt du, ich bin dran. Ja, ich habe es geschafft. Okay, wie, 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 komme ich jetzt rüber? Schaffe ich das selber auch? Wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe es geschafft, oder? Ja, weil ich habe es ja auch Parallel noch drauf geballert. Okay, man geht, ich schaffe es. So Nägel. Oh, ist das fies, ey. Okay, hier muss ich irgendwas. Ah, ich wollte gerade schießen, ey. Ah, das ist nicht so einfach. Schafft man das? Ja, schafft man. Oh, das ist so gemein. Okay, man hat hier ein bisschen, ein bisschen Leben. Oh, ich bin auf. Ah, ja. Echt sich. Ah, okay, es ist... Nein. Shit. Komm schon. Nein, warum nicht? Rennt ihr aber im Kreis. Ich brauche deine Hilfe. Wofür? Ah, da ist es nicht, ich sehe es, ich sehe es. Ich weiß noch nicht, was passiert. Ich weiß noch nicht, was passiert. Ah, okay, du musst da oben rüber. Ich muss das fest schießen. Oben. Ja, jetzt. So, reichen. Oh, ich bin gefallen. So. Oh, nein, jetzt wollte ich hier. Ultradramatische Musik. Komm mal. Ich laufe immer im Kreis. Achtung, Nägel. Au. Au. Oh, shit, ich komme nicht mehr durch. Doch. Oh, hier, hier. Ja, kommt. Nein, nochmal. Das ist recht. Das ist recht. Sehr gut. Bist du oben? Ja, genau. Oh, Gott. Jetzt geht es jetzt richtig los. Okay, dann können wir da noch rüber. I guess. Oh, ja, weiter. Ich habe ihn festgemacht. Ah, du kannst sogar. So. Jetzt kannst du auf der anderen Seite. Genau. Wahrscheinlich das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ja. Oh, oh, oh. Oh. No. Okay, müsste es gleich nochmal, Mann. Ja. Das ist noch ein zweites Schloss. Awakening. Oh, Gott. Nein, der hat Löcher. Ja, bitte. Das ist so geil, der Wurst. Ich habe schon mal so ein... Oh, oh. Ja. Jetzt hat es was von so einem Fall Guys Level. Oh, nein. Oh, ich auch. Oh, ich wurde getroffen. Oh, ich dachte, ich bin drüber gewesen. Du musst vielleicht doppelt. Nein. Du kannst... Ja, ich warte. Oh. Dann kommst du zurück. Sorry. Nicht getroffen. Nein. Was passiert? Ja, es ist zu lange dauert. Ja, es passiert halt mal. Es ist nicht so einfach zu zielen, weil es ist immer so snappt. Ich würde lieber... Ja. Ein und für sich ist es sehr easy. Ja, es ist ganz spannend. Ich soll ja auch nicht stressen so ein Spiel. Ich soll ja auch nicht stressen. Also jetzt kommt er, ne? Ja. Das schlägt er nämlich so. Jawohl, zack. Ja, so, jetzt kannst du... Nee, du brauchst doch, ja, ja. Doch, natürlich brauchen wir den. So. Ich weiß ja nicht, wie du das jetzt so rüber willst. Nice. War es das schon? Er hat einen zweiten Arm. Aber rechts habe ich keine Schlösser gesehen, oder? Aber auch so ein gelbes Teil irgendwo. Au. Oh, da ist das Spray, was wir brauchen. Wisst ihr? Da ist nämlich auch so ein gelbes Ding drauf. Oh Gott, okay. Ja, okay. Okay, das ist wieder so... Ja. Deins. Auf jeden Fall. Wann kann man das anschießen? Wahrscheinlich erst, wenn er schlägt. Nein, er will mich. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Er hat mich, 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 er hat mich. Er muss noch mal, er muss noch mal so pieken. Jetzt, jetzt. Mal, ach du kannst das. Ich bin es, ich bin es. Ah, ich... Ah, nice. Okay, wir... Okay, ich habe es aber sofort gecheckt. Okay, sorry, ich dachte, es wäre anders. sobald er den klatscher war leichtig weg und dann kannst du gehen mit nageln was langfall unser spiel wird immer klein aber es ist ja mit absicht zu tun das ist jetzt schon brutal alter leute freunde hallo sieht aus wie ein schwan noch schaffe das märz man muss drei streffer muss es wirklich freude ist hier auch mal schluss hallo 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 jetzt bleiben wir unten vorhin warum landet ihr nicht mehr macht euch gleich jetzt ja Ja. Nice! Wuhuu! Ich mag meine Nägel. Schlag. Mut euch! Yes! Yes! Here you go. Thank you. Woohoo! I feel brand new! Look at me! I'm whole! I'm whole! You saved us from that rust and toolbox! Thank you Mae. You are a true hero. Ah, thank you Hammer. Hey! What about me? I was part of this gym with my hero alone. Did you see that explosion? Anyway we still have to get to Rose. Oh yes! Ist ganz mies, wenn dir das passiert beim Arbeiten. Oh, Siegen-Kannapult. Oh, nein! Sie ist weg! Rose, warte! Wir brauchen Ihre Hilfe! Es sind wir! Mama und Papa! Nicht zu der Tür! Nein, nein, nein! Hilfe uns aus! Rose! Oh, du schade! Oh, du hast uns in, du Idiot! Jetzt sind wir hier drin! Stuck, Miss? Es ist ein konstrunder Mensch. Wenn du die Tür öffnest, dann wirst du die Tür öffnest. Die Schöpfe! Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man! Let's go to the window! Book is out of his mind, okay? Wow, Leute. Und diese Folge ist an ihrem Ende angekommen. Nächste Folge ist, also, Staubsauger und Werkzeugkiste besiegt. Minispiele spielen. Oh, 0-2 verloren gegen Jenny. Ja, ich bin auch kein guter Verlierer. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!